Nun hält also auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil eine Arbeitspflicht für Asylbewerber im Einzelfall durchaus für sinnvoll. Dass die Kommunen Asylbewerber, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, zu gemeinnütziger Arbeit verpflichten können, sei geltendes Recht, so der SPD-Politiker. Aber eine nachhaltige Arbeitsmarktintegration wird ja so nicht gelingen, ergänzte Heil weiter. Der neue Landrat des Saaler Orla-Kreises in Thüringen, der CDU-Politiker Christian Hergott, hat als erster eine Arbeitspflicht für Asylbewerber angeordnet. Und wer sich weigert, dem drohen Geldkürzungen von bis zu 180 Euro im Monat. Dorothea Schopelius, noch für uns im Deutschen Bundestag. Dorothea, du wirst im Laufe des Tages wechseln zur Ostministerpräsidentenkonferenz, die heute stattfindet. Erstmal einen schönen guten Morgen. Wir haben ja diese drei Landtagswahlen, die da also anstehen. In allen Umfragen führt die AfD. Und insofern haben wir jetzt auch wieder diese Debatte rund um die Arbeitspflicht für Flüchtlinge, die ja vermutlich zumindest auch für die Wähler ein entscheidendes Thema ist. Ist es das auch für die Ministerpräsidenten? Man kann sich zumindest sicher sein, dass ganz Deutschland in diesem Landtagswahlen auf die Zahlen im Osten blickt. Denn nirgendwo sonst ist die AfD so stark und auch die generellen gesellschaftlichen Strömungen im Osten sind etwas andere. Die Themen, die in diesem Landtagswahlkampf eine Rolle spielen, das sind dann auch genau die Themen, die die Ministerpräsidenten aus dem Osten gerade umtreibt. Das ist Migration und dazu gehört natürlich die Unterbringung von Flüchtlingen, die illegale Migration, aber vielleicht auch eine mögliche Arbeitspflicht. Dazu gehört aber auch die Umstrukturierung, dazu gehört der nötige wirtschaftliche Aufschwung und dazu gehört auch die Landwirtschaft. Und der Landwirtschaftsminister, der gibt heute ein Statement ab und da geht es über die Veränderung zum Tierwohl. Und viele der östlichen Ministerpräsidenten haben sich sehr stark zu den Bauernprotesten geäußert, zur Landwirtschaft. Und auf der Tagesordnung steht auf jeden Fall groß auch das Thema Landwirtschaft. Das wird besprochen werden. Hier geht es um verschiedene Aspekte, wie die Anbindehaltung, die ja von Cem Özdemir verboten werden sollen, wo die Bauern auf die Barrikaden gehen. Weil sie sagen, dass sie nicht mehr wettbewerbsfähig sind mit den anderen europäischen Ländern. Hier geht es natürlich auch wieder um den berüchtigten Agrardiesel. Hier geht es aber auch um die Fleischsteuer, die eingeführt werden soll. Also ähnlich wie das, was es schon beim Kaffee gibt, soll ja von Cem Özdemir jetzt auch beim Fleisch eingeführt werden. Er nennt das Tierwohlcent, andere nennen es Fleischsteuer. Egal wie man es nennt, Fakt ist, Fleisch wird teurer. Das alles sind auch Themen, die im Osten eine große Rolle spielen, die bei den Ministerpräsidenten eine große Rolle spielen. Und später im Monat, beziehungsweise im nächsten Monat, gibt es ja dann sogar auch nochmal ein MPK-Ostreffen mit dem Bundeskanzler, wo es dann nochmal expliziter um die Migrationsfrage gehen wird. Also die beherrschenden Themen im Wahlkampf, das sind die beherrschenden Themen der Ministerpräsidenten. Und da bin ich mir sehr sicher, dass das Wort AfD und Umgang mit der AfD und sich Wähler zurückholen eine sehr große Rolle spielen wird und oft vorkommen wird heute. Und sobald ich dann vor Ort bin im Bude-Museum, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden und werde auch mit Rainer Hasselhoff sprechen können. Und dann wissen wir auch schon viel mehr und wissen ganz genau Bescheid, worum es heute gehen wird und was da auf uns zukommt. Danke Dorothea für den Moment.